So, jetzt kommen wir zu Diskriminanten. Das wäre eigentlich schon Thema davor gewesen, aber ich habe mir gedacht, wir schauen uns erstmal die Mitternachtsformel an und schauen uns danach an, was die Diskriminante ist. Um auf das Thema Diskriminante zu kommen, habe ich euch erst einmal drei verschiedene Graphen gezeichnet. Also hier das schwarze 0,5 x² plus 3, das rote x² plus 6, x plus 9 und das blaue minus x² plus 2x plus 1. Bitte das nachher genauso abzeichnen. In der Kurzarbeit haben wir gemerkt, das hat noch nicht ganz gut funktioniert. Bitte das nochmal trainieren. Es sollte genauso ausschauen und notfalls mit 0,5er Schritten angehen. Bei einer quadratischen Gleichung ist ja immer so ein Thema das ganze Gleichsetzen, also eine Funktionsgleichung Gleichsetzen, also den rechten Teil. Wir fragen uns jetzt bei all diesen dreien, wann ist der Funktionswert 0? Also betrachten wir mal das Blaue. Wir können es jetzt hier nicht direkt ablesen, aber der erste Funktionswert, wann das erste Mal das ganze 0 wird, ist, wenn x ungefähr 0,4 ist oder minus 0,4. Und beim zweiten Mal wird x 2,4 sein. Das heißt, bei dem Blauen erhalten wir zwei Lösungen. Dann gehen wir weiter zum Roten. Der Rote, wann ist dort der y, also der Funktionswert hier 0? Können wir wieder mit der Mitternachtsformel machen, aber das können wir hier aus der Zeichnung, können wir das gleich herausfinden, denn es ist bei x gleich 3 und da gibt es nur eine Lösung. Merkt man schon den Unterschied? Dieser Graph oder diese Funktion hat zwei Nullstellen, also es ist zweimal der Funktionswert 0. Bei der ist nur einmal der Funktionswert 0. Und bei der schwarzen könnt ihr euch schon denken, dieser Graph, der schneidet nie irgendwann die x-Achse da unten. Das heißt, der Funktionswert y wird nie 0 setzen. Das heißt, setze ich die obere quadratische Funktion gleich 0, erhalte ich zwei Schnittpunkte oder zwei x-Werte als Ergebnis, wenn ich diese Mitternachtsformel anwende. Bei dem zweiten erhalte ich nur einen Wert und bei der dritten erhalte ich gar keinen Wert. Woran das liegt, werde ich euch kurz zeigen. Das hat nämlich mit unserer Lösungsformel zum Tun. In dieser Lösungsformel steckt eine Diskriminante, nämlich der Term unter der Wurzel b²-4ac, der heißt Diskriminante d. Das steht manchmal in den Formelsammlungen auch statt b²-4ac drin. Da steht manchmal ein großes d dran. Dieser Term bestimmt die Anzahl der Lösungen. Also das heißt, wir können bereits ohne zu zeichnen rausfinden, ist der y-Wert gleich 0 oder auch eine andere Aufgabe, ist der y-Wert gleich 2. d größer 0, das haben wir festgestellt beim Blauen, also wenn die Diskriminante größer 0 ist, dann hat es zwei Lösungen. d größer 0, ich werde euch gleich nachher zeigen, was das bedeutet. d gleich 0 hat eine Lösung, beim Roten war das der Fall und bei d kleiner 0 hat es keine Lösung. Das setzen wir jetzt einfach mal kurz ein. Also wir berechnen quasi das d. d ist b², b hat in dem Fall plus 2, minus 4 mal das a ist minus 1, mal 1 ist das c und wenn ich das ausrechne, ist das 4 minus 4 plus 4. Also jetzt habe ich es ein bisschen dumm erklärt. 2 zum Quadrat, minus minus gibt plus, also die Diskriminante ist 8 größer 0 quasi. Das heißt, ich hätte es rausfinden können, indem ich nur die Diskriminante bestimme, alles klar, hier gibt es zwei Lösungen bei dieser Aufgabenstellung. Dementsprechend wird wahrscheinlich das bei der d dann anders sein. Da haben wir ein 6 zum Quadrat, minus 4 mal 1 mal 9, 36 minus 36 gibt 0. In dem Fall haben wir tatsächlich nur eine Diskriminante oder einen Wert, nämlich den 0 Wert. Und wenn wir dann nochmal da oben hinschauen, wenn ich die Wurzel aus 0 nehme, kommt hier 0 dazu. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich plus oder minus 0 rechne, es kommt nur ein Wert raus. Einmal plus und einmal minus ergibt identische Werte. Also das liegt da dran, wenn da hinten ein Wert rauskommt, also irgendwas größer 0, dann muss ich unterscheiden in plus und in minus und erhalte zwei Lösungen. Wenn ich allerdings hier eine 0 dran stehen habe, also die Wurzel aus 0, dann kann es nur eine Lösung geben, nämlich minus b durch 2a, weil der hintere Teil ungeachtet des Plusminuses wegfällt. Ja, und wenn die Diskriminante kleiner 0 ist, das erkennen wir hier nämlich auch schon dran, dann ist der Wert unter der Wurzel negativ. Und das haben wir gelernt, das geht nicht. Wir dürfen unter der Wurzel keinen negativen Wert stehen lassen. Es darf zwar mal ein Minus dran stehen, aber der gesamte Term darf nicht negativ werden. Und wenn wir das hier ausprobieren, mein b ist in dem Fall 0, weil ich ja keinen x-Wert habe oder keinen 2x oder sonst was dran stehen habe, dieser Wert ist 0, minus 4 mal 0,5 mal 3. Es kommt ein negativer Wert raus, in dem Fall nämlich 6. Heißt, ich kann ohne zu zeichnen an der Diskriminanten bereits Ablesung ablesen. Gibt es zwei Lösungen? Gibt es eine Lösung? Oder gibt es keine Lösung? Natürlich gibt es noch verschiedene Aufgabenstellungen. Die Aufgabenstellung bei dem war es jetzt einfach, wann ist der Funktionswert gleich 0, weil das am einfachsten ist. Dann haben wir es nämlich gleich in der Form stehen, wie wir es für die quadratische Gleichung mit der Mitternachtsformel brauchen. Gut, das bitte sauber in euer Heft abschreiben. Bitte auch die Zeichnungen dazu, ganz wichtig, das nochmal zum Üben. Also weiß ich's reconoc button, wie wir sie stellen können. Wie wir es an der Suchmaschere, wird das mit den Town ablesen, und dann wir arbeiten zu於 und dann wir machen uns das biologisch. Alles klar.